Und damit willkommen zurück zu Command & Conquer 3 Tiberium Secret im Live-Let's Play. Auf zum Outback. Alles klar, Commander. Sie haben jetzt nur noch eine Chance. Im Moment startet ein GDI-Konvoi von einem Silo im Outback. Sie wollen wohl Ihre Aurora-Waffen nach Sydney bringen. Schalten Sie die Eskorte aus und schnappen Sie sich die Gefechtsköpfe. Dürfte leicht sein, die Eskorte von den Transportern zu unterscheiden. Diese Teile sind ziemlich groß. Die GDI evakuiert mehrere Aurora-Gefächtsköpfe aus einer Basis am Rand der australischen Roten Zone. Wenn wir den Konvoi abfangen, die Eskorte ausscheiden und die Gefächtsköpfe stehlen, ist die Bruderschaft von Nord endlich wieder eine Aurora-Macht. Sie müssen mindestens einen Transporter abfangen, aber je mehr, desto besser. Sobald Sie die Gefächtsköpfe gesichert haben, schicken wir Ihnen ein Carry-All mit einem Bergungsteam. Da die Gefächtsköpfe hochexplosiv sind, könnten Sie unter Beschuss explodieren. Seien Sie also vorsichtig. Das braucht eine Nachricht. In den Transportern sind Aurora-Gefächtsköpfe. Zerstören Sie Ihre Eskorten und bergen Sie die Gefechtsköpfe. Neues Bonus-Ziel. Verstanden. Ich weiß, wie diese Mission ist. Schlagen wir los zur Division. Neues Bonus-Ziel. Okay. Mission ist widerlich. Ah. Zerstören. Beides. Überfallt Sie. Stauft Panzer. Einheit wird angegriffen. Fahr in Position. Hä? Okay. Jetzt. Alles ruhig. Ja. Verstanden. Lalalalalalalalalalalala. Verstanden. Wir gehen. Komm, man wird angegriffen. Sofort ausweichen. Verstanden. Oh Gott. Au, 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 au. Au. Verstanden. Okay. Na klar. Einheit wird angegriffen. Okay. Schmerzhaft. Na klar. Wir haben ja keine Ahnung. Kann ich irgendwie helfen? Ziel erreicht. Auf Patrouille. Ja. Au. Natürlich hat das jetzt, hat er sich wieder vollständig repariert, ne? Mehrwert. Ich dachte, dass er wehtun wird. Sie können nirgendwo hin. Bringen wir es hinter uns. Macht Ihnen die Hülle heiß. Ganz leise. Wir warten dort. Erledigt Sie schnell. Kein Problem für einen Skorpion. Hier GDI-Transporter Zeta A. Wir haben keine Möglichkeit mehr, uns zu verteidigen und müssen uns ergeben. Wir möchten Sie lediglich ersuchen, niemanden mehr zu verletzen. Was gibt es nicht? Aurora-Gefechtsköpfe gesichert. Bringen Sie sie zur Exfiltrationszone. Ja, ja. Weitere mal hier. Neue Bauoptionen. Ausbildung. Ja, vielleicht wird es ja helfen. Niemand sieht mich. Koordinaten erfasst. In Wartestellung. Staffpanzer. Target quiet. Auf Patrouille. Verstanden. Ja. Verstanden. Und dann wieder seinen zurück. Kein Query. Das könnte nicht sein. Bleib dran. Oh Gott. Roger. Nähere mich Ziel. Initialisiere Videoabblick. Hallo Skrins. Kommander. Das wird Sie jetzt umhauen. Die GDI hat alle Ionenkanonen in der südlichen Hemisphäre aktiviert. Ich dachte wir überleben die Kämpfe in Australien nicht. Aber Sie feuern auf irgendwas im All. Sehen Sie hier. Was soll denn das jetzt? Oh verdammt. Eins dieser Teile ist genau hier gelandet. Tut mir leid. Wir müssen uns was einfallen lassen. Wir müssen verschwinden. Na los. Und ab jetzt wird es lustig. Ja. Speichern. Speichern. Hier meldet sich Toxin-Transporter Zeta. Wir bitten sofortige Unterstützung. Not-Rebellen haben uns aufgehalten. Wir sitzen in der Falle. Wir sitzen in der Falle. Was für eine Escortel. Die GDI geht wohl auf Nummer sicher. Auf Sie. Eine unbekannte Strahlmacht nähert sich ihrer Position. Die Invagoren sind genau über Ihnen, Commander. Schnappen Sie die Aurora-Waffen und ab geht's. Hedden wird gefährlich. Erledigt Sie schnell. Nichts muss ich neu starten. Also laden. Nicht neu starten. Dafür habe ich gerade zu viele verloren. Die GDI geht wohl auf Nummer sicher. Wird angegriffen. Eine unbekannte Strahlmacht nähert sich ihrer Position. Bringen wir es hinter uns. Mehr Raketen. Hä? Was ist so? Die Invagoren sind genau über Ihnen, Commander. Schnappen Sie die Aurora-Waffen und ab geht's. Wir haben ja keine. Wieso kann ich den da reinschicken? Äh. Das muss ich jetzt erstmal. Was für eine Escortel. Die GDI geht wohl auf Nummer sicher. Unbekannte Stützpunkt wird angegriffen. Eine unbekannte Strahlmacht nähert sich ihrer Position. Ich verstehe nicht, was das macht. Äh. War da genug. Der 500er Speicherpunkt. Ja. Unbekannte Stützpunkt wird angegriffen. Eine unbekannte Strahlmacht nähert sich ihrer Position. Wir verstecken uns dort. Bombarding. Espekt er verhoben. Macht Ihnen die Hölle. Hörst du dort. Die Invasoren sind genau über Ihnen, Commander. Schnappen Sie die Aurora-Waffen und ab geht's. Ach, die machen so viel Schaden. Auf sieben. Ne, ich muss das, äh, nochmal leicht anders machen. Da hin. Eine unbekannte Streitmacht nähert sich ihrer Position. Aufpassen. Initialisiere Video-Ablick. Die Invasoren sind genau über Ihnen, Commander. Schnappen Sie die Aurora-Waffen und ab geht's. Alter, ist halt in der... Strah. Warum stand der jetzt da unten? Wow. Ich hasse das Spiel mittlerweile. Also die Mod. Diese Abschütze sind so nervig einfach. So unnötig nervig. Und warum wirst... Oh, du bist außerhalb des Radios. Die Invasoren sind genau über Ihnen, Commander. Schnappen Sie die Aurora-Waffen und ab geht's. Ja, ist gar nicht so leicht, die Hilfe zu schnappen. Oh, wenn du da oben bleibst. Oh, wenn du da oben bleibst. Wir haben Alien-Kontakt. Ich wiederhole, wir haben Alien-Kontakt. Erbitten. Erbitten? Was die wünschen? Die Luftpatrouille. Voll. Die Konfigur rufen. Holen wir die uns. Die wollen offenbar die Aliens angreifen. Schnappen wir uns die Raketen und dann weg hier. Vorsicht, nicht dass so ein Ding hoch geht. Warum? Was soll schon boben? Was soll schon passen? Ja. Einsatzziel erreicht. Verdammt, Sie haben uns. Transporter seht, als Sie kapituliert. Aber vermeiden Sie weitere Opfer. Sie los. Mini, wir sind uns noch. Ah. Da kommen wir schnell jetzt wirklich zurück. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Und zwar alle. Einheit wird angegriffen. Patrouille bereit. Sie sterben, so bright. Kane's Fury. Mal gucken, die verletzten sich die ganze Zeit. Das ist super. Einsatz Ziel erreicht. Dadurch haben sie nicht so viel Leben, wenn sie sich hier ankommen. Empfange Nachricht. Carry all sind unterwegs. Halten Sie durch, bis Sie eintreffen. Verteidigen Sie die Aurora Transporter um jeden Preis. Wir verstecken uns dort. Das heißt, ihr geht mal da vorne hin und seid auch jetzt mal aggressiv. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Ja, das ist, das macht so ange... Es ist zwar nicht mehr absichtlich, aber es macht etwas angenehmer. Ihr, einer hat verloren. Alter. Spectre moving. Ein schönes Spectre. Schießen Sie los. Koordinaten erfasst. Was ist der andere hin? Da war es, was du da unten? Okay. Koordinaten erfassen. Erledigt sie schnell. Sie können nirgendwo hin. Okay. Scanner in der Nähe. Schön ruhig. Glorious Destruction. Einheit wird angegriffen. Ja, das macht es sehr, sehr angenehm. Oh, doch, existiert es da sogar noch. Ähm. Ja. Äh, was? Ist ja nur 500.000 Energie. Ist doch kein Problem. Es wird uns gehören. Gebäude besetzt. Neue Bauoptionen. Yes. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ich wollte schon immer alles mögliche davon bauen. Einheit wird angegriffen. Nein, gegen die Hölle heißt, bringen wir es hinter uns. Wie sieht's aus? Verstanden. Ich bin mal gespannt, wenn die Screen-Kampagne anfängt. Was das ist, dass die ja da und Leben verlieren. Ah. Ob man so ein bestimmtes Gebäude braucht, dass die ja da und Leben verlieren dürfen, können, sollten, dann. Verstanden. Ah. Also bis auf die GTI-Patrouillen? Ich bin erledigt. Also bis er bis auf die GTI einhalten ist, ist das halt eine ganz angenehme Mission jetzt. Und bis auf den einen Absturz. Ja. Ich speichere hier immer mal lieber. Räuchen. Aber ist ja schon mal passiert, dass das Spiel beim Speichern abgeschmiert ist. Yay. Ihr seid doch da. Baum. Warum auch immer. Die, ne. Da sind, obwohl der Teil mal... ...erreicht. Feindliche Einheiten erfüllt. Ja dann. GGBP. Einheit befördert. Nord Carryall XR-17. Bereit für Evakuierung. Mission erfolgreich. Kinder von Nord, ich bin hier, um euch über die unerwartete Wende im Krieg gegen die GDI zu informieren. Vor weniger als einer Stunde feuerten GDI Ionkanon auf sechs nicht identifizierte Flugobjekte. Diese wurden offenbar durch den Angriff nicht beschädigt. Im Gegenteil. Sie spalteten sich in viele kleine Objekte auf und landen überall auf der Welt. Uns liegen erste Berichte vor, dass an Bord dieser Flugobjekte feindselige außerirdische Wesen sind. Diese überrennen inzwischen sowohl blaue als auch gelbe Zonen und greifen sowohl GDI als auch Nordstellungen an. Nur leider haben wir keinerlei Daten über diesen neuen Feind. Aber eines ist sicher. Wir sollten jetzt erst einmal die GDI vergessen und uns gegen diesen neuen Feind verteidigen. Alles eroberte, alles geschafft. Sehr schön. So, und die Mission müsste jetzt sein, dass wir die Aurora Startcodes uns holen. Nächste Mission ist dann hier, sammle Tiberium. Parteik-GDI-Control-Zentrum oder die Ox-Transporter. Und danach Ayasrog. Ich hab die noch sehr gut im Kopf. Wow. Mal. Jetzt. Okay. Hab auch wieder mehr gespielt. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, das so ein Like da. Und wir hören uns dann bei der Stadtmauer von Sydney in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Cheerio. Und da nach. Was. Eins. Betr Migration. Untertitelung des ZDF, 2020